Stamos Power ist eine Produktserie für Anwender, die die maximale Leistung suchen. Alle Geräte dieser Serie wurden für den dauerhaften Betrieb bei hoher Belastung entwickelt. Bei der Herstellung werden ausschließlich Werkstoffe und Bauteile von hoher Robustheit verwendet. Wir stellen Ihnen das WIC-Schweißgerät STIG 220 aus der Power-Serie der Stamos Welding Group vor. Es handelt sich um ein robustes Schweißgerät mit intuitiver Bedienung. Funktionen des Schweißgerätes WIC DC – Gleichstrom zum Schweißen von Stahl und Edelstahl E-Hand zum Schweißen mit umhüllter Kabelelektrode Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Schweißgeräte sind transportsicher verpackt. Wir verfügen über unser eigenes Servicecenter und versichern Ihnen eine umfangreiche Betreuung auch über den Gewährleistungszeitraum hinaus. Wir freuen uns auf Ihre Bestellung und stehen Ihnen bei Nachfragen gerne auch persönlich zur Verfügung. Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020